ist noch nichts überstürzen der berühmte walk of fame es ist doch mal ein stylischer boss jetzt mal ernsthaft sofort noch mal drauf ja ja nein ja Oha. Eigentlich auch relativ einfach. Der Boss. Kriege ich jetzt neues Continue? Das fährt super. Stage 2 cleared! Woo! Stage 3. Ich bin gerade eine Viertelstunde vergangen, ey. Au. What the? Okay, wir müssen wieder runter. Ich habe doch tot gemacht und so. Jetzt willst du das Spiel hier aber wissen, wa? Jetzt willst du das Spiel hier aber wissen, jetzt. Komm hier mal her, hier. Ich habe ja noch gute Dreiviertelstunde zu machen, also. Wir haben es kapiert. Das war nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Und jetzt läuft allgemein gerade nicht wirklich besser für mich, oder? Habe ich das Gefühl. Jaaaa, du kleine Scheißding. Das ist doch echt zum Kotzen. Wo die Sachen manchmal landen. Ich komme erst nicht hin. Jaaaa. 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 Du lässt dich doch schon viel besser arbeiten jetzt. Das lässt sich doch schon viel besser arbeiten jetzt. Ja. Dankeschön. Nimm jetzt das Leben hier und dann lass uns weitermachen. In der Wall of Doom. Guck mal einer an. So. Let's go. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah Alter Das ist doch gerade unfassbar Das ist unfassbar Wenn mir das nicht gerechnet war Ich auch nicht Ja, zu früh losgeräumt, ich weiß Dass ich die nicht, ich kann alles kaputt machen Aber die Steine von dem Golem da nicht Oder was? Ja, Mann! Now try it, bitches Auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse doch mehr auf die fresse auf die fresse ich sagte ja gar nicht schwer aber ich habe sie von ihm schwerer gemacht habe mich zu lange mit dem aufgehalten ich habe jetzt gesehen wie schnell es gehen kann hat neuen tee einschenken hier ist ja schon so gut wie winter aus ist es kalt muss ich aber kurz mal doch was man hier nicht von dem verdammten vogelvieh die hölle ist das ich weiß nicht ob der spiel am spiel noch mal kommt der fieber dick oder war oder auch nicht oder doch oder keine ahnung ich will euch jetzt mal an hier ich will euch jetzt mal an hier ich will euch jetzt mal an hier oh ist ja fast wie weihnachten gerade ja gut es ist ja sowas wie weihnachten aber ja ich will euch jetzt mal an hier 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 Vielen Dank.